Go Buster! Seht mal, Toni hat einiges von seiner Fracht verloren. Das sieht aus wie eine Flasche mit Schaumbart. Sieht so aus, als ob Frankie eine tolle Idee hätte. Haha, seht ihn euch an. Wohin rollst du dich denn jetzt? Aus der Flasche steigen Seifenblasen auf. Seht mal, da ist Buster der Bus. Ich glaube, Buster will sehen, wohin Frankie rollt. Da sind noch mehr Seifenblasen. Sieht so aus, als hättest du eine Schaumbrille auf, Buster. Hey, Scout, warum kommst du nicht mit auf unser schaumiges Abenteuer? Scout will in den Seifenblasen spielen. Überall sind welche. Oh, ich mag deinen Hut, Scout. Du siehst witzig aus mit deinem Schnurrbart, Buster. Sieht so aus, als wäre Frankie zum See unterwegs. Ich glaube, dieser freche Frosch hat eine Idee. Da rollt er in den See. Seht ihn euch an. Überall Seifenblasen. Wow, er hat uns ein Schaumbad gemacht. Seht doch nur all die Seifenblasen blubbern. Na los, Buster und Scout, springt rein. Sie haben so viel Spaß, in den Seifenblasen zu spielen. Sieht so aus, als sei Frankie der Seifenblasen-Kapitän des Seifenblasensees. Hier kommt Scout mit einem mächtigen Seifenblasen-Planscher. So viele Seifenblasen überall. Oh, wo ist Frankie denn jetzt? Dort ist er. Ich glaube, es ist nun Zeit zu gehen. Mach's gut, Frankie. Danke für das Seifenblasen-Abenteuer. Hey, Buster. Oh, du siehst ein bisschen müde aus. Buster ist eingeschlafen. Aber was ist denn das? Barthaare? Eine Stupsnase? Und Ohren? Es ist Buster der Osterhase. Gut schaust du aus. Ich glaube, er mag sein neues Stumpfchen. Wohin er wohl nicht fährt? Osterhasenaufträge erledigen hoffe ich doch. Und was ist denn das? Auf dieser Seite des Hütters befindet sich ein Hasenbau. Ich frage mich, wohin dieser Tunnel wohl führt. Da kommt er auf der anderen Seite wieder heraus. Oh, seht mal. Terry-Traktor macht ein Schläfchen. Wow. Buster der Osterhase hat Terry ein buntes Osterei geschenkt. Und weiter geht's, um noch mehr Osterfreude zu verbreiten. Ich frage mich, wohin dieser Tunnel wohl führt. Hier, Herr Busterhäschen. Robin schläft tief und fest. Es ist an der Zeit, noch ein Osterei zu verschenken. Dies ist für Robin, wenn sie wieder aufwacht. Und weiter geht's einen anderen Tunnel entlang. Wer ist denn das? Es ist Jessie Cheap. Ach, sie schläft. Buster der Osterhase schenkt auch ihr ein Ei, das sie beim Aufwachen finden wird. Buster der Osterhase hat ja so viel zu tun. All diese Eier verzeihen sich nicht von selbst. Ich frage mich, für wen Busterhäschen wohl noch Eier hat. Da ist Digger der Bagger. Buster, sei leise, Buster, und versuch ihn nicht aufzuwecken. Haha, da ist ja ein Ei in Diggers Schaufel. Gute Idee, Busterhäschen. Oh weh, ich glaube, Buster der Osterhase ist ein wenig müde. Aufwachen, Buster. Oh Busterhäschen, das war alles nur ein Traum. Wie schade, dass all die Eier nicht echt waren. Aber was ist denn das? Es ist ein Osterei. Oh toll, der echte Osterhase hat ein Ei für Buster dagelassen. Was hat der klinische Bus hier für ein Glück? Juhu, Buster, der Bus ist zum Spielen herausgekommen. Pass auf die rote Farbe dort auf, Buster. Oh, Buster ist mitten hindurch gefahren. Schau mal, Buster, du hast mit deinen Rädern rote Linien gezogen. Ich glaube, Buster hat eine Idee. Gut gemacht, du hast einen Kreis gemalt. Ein Kreis ist rund und hat die gleiche Form wie ein Rad, Buster. Und jetzt hast du den Kreis ausgemalt, Buster. Es ist ein roter Kreis. Oh, hallo Scout. Komm her und mach mit. Wir lernen gerade etwas über die Formel. Welche Form malt denn Scout? Es ist ein Quadrat. Ein blaues Quadrat. Ein Quadrat hat vier gleich lange Seiten. Hallo Digger. Digger ist gekommen, um mit Buster und Scout Formen zu malen. Welche Form wird Digger wohl malen? Digger ist nicht ganz so schnell wie Buster und Scout. Das ist in Ordnung. Digger wird gleich fertig sein. Es ist ein Dreieck. Ein Dreieck hat drei Seiten. Ein gelbes Dreieck. Digger hat so lange gebraucht, um seine Form zu malen, dass Buster und Scout eingeschlafen sind. Aufwachen, ihr zwei. Was können wir denn noch für Formen zeichnen? Ein grünes Rechteck. Gute Arbeit, Buster. Ein goldener Stern. Der sieht fantastisch aus, Scout. Und ein hübsches rosa Herz. Digger malt eine Raute. Oh, seht doch nur all die Farben. Es ist eine wundervolle Regenbogenraute. So viele verschiedene bunte Formen. Diese zu lernen hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben ein Quadrat, einen Kreis, ein Dreieck, einen Stern, ein Herz, ein Rechteck und eine Raute gemalt. Gut gemacht, alle miteinander. Guten Morgen, Buster. Oh, sieh doch nur diese schönen Fotos von dir und deiner Mama. Wäre es nicht toll, wenn du ihr etwas schenkst, weil sie so wundervoll ist? Und Buster fährt los, um etwas für seine Mutter zu besorgen. Oh wow, was ist das denn? Ein riesiger Greif-Automat. Dieser Teddy dort wäre perfekt für deine Mama. Ich glaube, Buster will versuchen, ihn zu gewinnen. Komm schon, Buster. Du schaffst es. Ganz sachte jetzt. Oh nein, du hast ihn fallen gelassen. Gleich hast du ihn... Geschafft. Gut gemacht, Buster. Deine Mama wird ihn lieben. Oh, hallo kleines Rotkehlchen. Robin ist gekommen, um Buster auf der Suche nach weiteren Geschenken für seine Mutter zu helfen. Ich glaube, Robin hat da was erspäht. Was ist es, Robin? Oh, ein wunderschöner Blumenstrauß. Gut gemacht, Robin. Ich frage mich, was Buster seiner Mutter noch geben könnte. Oh, seht nur. Ein Ballon. Schnell, Buster, fang ihn. Oh nein, du bist nicht schnell genug, Buster. Der Ballon fliegt weg. Komm schon, Robin. Wir wissen doch alle, wie gut du im Ballon fangen bist. Gut gemacht. Was für ein schöner Ballon. Er hat ja ein strahlendes Gesicht. Danke für deine Hilfe. Mach's gut, Robin. Sieh nur, Buster, da ist deine Mama. Oh, Buster ist so glücklich, sie zu sehen. Und sie scheint sich so über ihre tollen Geschenke zu freuen. Oh, was für ein schöner Tag. Oh, was für ein schöner Tag. Was, Buster? Mama ist wirklich die Beste. Oh nein. Bandit, der Bus, stiehlt etwas aus dem Süßwarenladen. Bleib stehen, du Dieb. Da kommt Otis, das Polizeiauto. Er ist hier, um den Fall der gestohlenen Naschereien zu untersuchen. Bandit ist dort lang gefahren, Otis. Ich glaube nicht, dass Otis die Flucht von Bandit bemerkt hat. Gute Idee, Otis. Folge der Spur der Süßigkeiten. Wir wissen auch, wohin sie dich führen wird. Dort ist er. Stehen bleiben, du Dieb. Sieh nur, Otis. Noch mehr Spuren. Folge ihnen weiter. Bandit lässt aber viele Süßigkeiten fallen. Oh, hallo, Buster. Oh, ich glaube nicht, dass diese Süßigkeiten für dich sind. Buster liebt Süßes. Oh nein. Die Spur der Süßigkeiten hat direkt zu Buster geführt. Otis denkt, dass Buster der Dieb ist. Falsch gedacht, Otis. Buster ist unschuldig. Armer Buster, was wirst du jetzt wohl tun? Otis steckt Buster ins Gefängnis. Oh, Buster. Da kommt Scout. Vielleicht kann Scout Buster helfen, wieder aus dem Gefängnis zu kommen. Du musst Buster helfen, Scout. Beweise, dass er unschuldig ist. So ist es richtig, Scout. Folge der Spur immer weiter, bis du den Wahndieb gefunden hast. Scout, die Detektivin, ist am Ball. Dort ist er ja. Bandit wird auf frischer Tat ertappt, als er gerade Sachen aus einem Spielzeugladen stiehlt. Diesmal hast du es zu weit getrieben, Bandit. Stehen geblieben im Namen des Gesetzes. Du bist verhaftet. Es ist Zeit, die Sache richtig zu stellen und Buster aus dem Gefängnis zu befinden. Heraus, Buster. Du bist unschuldig. Und Bandit muss dafür rein. Danke, Scout. Du bist eine gute Detektivin. Ohne dich wäre Buster noch immer eingesperrt. Tut mir leid, Bandit, aber du hast es so verdient. Stehen ist nicht erlaubt. Gut gemacht, Autos. Mach's gut, Bandit. Guten Morgen, Buster. Oh, sieh doch nur diese schönen Fotos von dir und deiner Mama. Wäre es nicht toll, wenn du ihr etwas schenkst, weil sie so wundervoll ist? Und Buster fährt los, um etwas für seine Mutter zu beworben. Oh, wow. Was ist das denn? Ein riesiger Greifautomat. Das Handy dort wäre perfekt für deine Mama. Ich glaube, Buster wird versuchen, ihn zu gewinnen. Komm schon, Buster. Du schaffst es. Ganz sachte jetzt. Nein, du hast ihn fallen gelassen. Gleich hast du ihn... ...geschafft. Gut gemacht, Buster. Deine Mama wird ihn lieben. Oh, hallo, kleines Rotkehlchen. Robin ist gekommen, um Buster auf der Suche nach weiteren Geschenken für seine Mutter zu helfen. Ich glaube, Robin hat da was erspäht. Was ist es, Robin? Oh, wunderschöner Blumenstrauß. Gut gemacht, Robin. Ich frage mich, was Buster seiner Mutter noch geben könnte. Oh, seht ihr? Ein Ballon! Schnell, Buster, fang ihn! Oh nein, du bist nicht schnell genug, Buster. Der Ballon fliegt weg. Komm schon, Robin. Wir wissen doch alle, wie gut du im Ballon fangen bist. Haha, gut gemacht. Was für ein schöner Ballon. Er hat ja ein strahlendes Gesicht. Danke für deine Hilfe. Mach's gut, Robin. Sieh nur, Buster. Da ist deine Mama. Oh, Buster ist so glücklich, sie zu sehen. Und sie scheint sich so über ihre tollen Geschenke zu freuen. Oh, was für ein schöner Tag. Was, Buster? Mama ist wirklich die Beste. Für ein Nickerchen in Busters Garage. Schlaf schön, Buster. Aber wer ist denn das? Ein Roboter-Bus. Oh nein, er ist gekommen, um Unfug zu treiben. Seht nur, er hat sich als Buster getarnt. Oh, hallo, Scout. Sie trainiert gerade ihre Fähigkeiten mit dem Ball für ein Fußballspiel. Hier kommt Roboter-Bus. Ich glaube, Scout denkt, er ist Buster und kein Roboter. Oh nein, Roboter-Bus hat Scouts Fußball zerquetscht. Wie gemein. Die arme Scout ist ganz bestürzt. Da ist Jessie Cheap. Sie wartet auf grünes Licht. Und da ist es auch... Oh, das war aber knapp. Und wieder hat Roboter-Bus Unsinn gemacht. Oh nein, Jessie denkt, das war wirklich Buster. Oh, kleines Rotkehlchen, pass auf. Roboter-Bus ist nicht sehr nett. Oh, armes Rotkehlchen. Böser Roboter-Bus. Hey, Digga. Er hat Spaß mit seinen Bauklötzen. Oh nein, Roboter-Bus will mitmachen. Jetzt hat er Degas Pyramide kaputt gemacht. Roboter-Bus verursacht nur Chaos. Hier wacht gerade der echte Buster wieder auf. Oh nein, jeder ist wütend auf dich, Buster. Sie denken, dass du Roboter-Bus bist. Wie willst du nur beweisen, dass du nicht all die gemeinen Dinge getan hast? Dort ist er ja wieder. Roboter-Bus ist gekommen, um noch mehr Chaos zu verursachen. Es war also nicht Buster, der so böse zu allen war. Schnell, Digga, du musst ihn irgendwie ausschalten. Da ist ein Schalter auf seinem Dach. Gut gemacht, Digga. Das scheint funktioniert zu haben. Sieht so aus, als sei Roboter-Bus wieder normal. Gut gemacht, alle zusammen. Das war knapp. Roboter-Bus hätte die ganze Stadt terrorisieren können. Mach's gut. Hallo, Buster. Das ist aber ein tolles Hype-Puster, das du da hast. Oh, Buster sieht sehr müde aus. Ich frag mich, worüber er wohl träumt. Was ist los? Flossen? Korallen? Buster, ich glaube, du bist im Meer. Na los, Buster. Das Meer ist ein neuer Spielplatz. Ist es nicht wunderschön? Zieh mal, Buster, an. Spring in den Himmel. Das macht so viel Spaß. Warte mal, was ist das? Ein riesiger Fisch. Schnell, Buster, versteck dich. Oh, schau. Er ist ja gar nicht groß. Er ist witzig. Alles gut, Buster. Keine Sorge. Aber was ist das? Das ist Cham, der Hai. Guck dir all die scharfen Zähne an. Versteck dich, Buster, schnell. Oh nein, Buster hat den kleinen Fisch verwirrt und jetzt schwingt er direkt auf den Hai zu. Scheint, es würde Cham, der Hai, gerne Freunde machen wollen. Aber es sieht so aus, dass alle vor ihm Angst haben. Schnell, kleiner Fisch. Versteck dich neben Buster. Warte mal. Der Hai sieht traurig aus. Sehr traurig. Weißt du was, Buster? Ich glaube, Cham ist einsam. Er war nur freundlich. Er hat keine Freunde. Genau, Buster. Geh und sag Hallo zu ihm. Siehst du? Er möchte jemanden zum Spielen haben. Buster und Cham hatten so viel Spaß. Das Meer ist ein toller Ort, um fangen zu spielen und neue Freunde zu finden. Sieh, wie sie loslegen. Oh, Buster wacht auf. Es war nur ein Traum. Jetzt hast du keine Flossen, Buster. Du bist wieder ein Bus. Was für ein tolles Unterwasser-Abenteuer. Hallo, Buster. Hallo, kleiner Robin. Genau, Buster. Schau in beide Richtungen, bevor du die Schienen überquerst. Du liebe Güte. Das war knapp. Hat Suki der Zug nicht geschaut, wo sie hinfährt? Da ist Otis, das Polizeiauto. Irgendwas muss passiert sein. Schnell, Buster. Vielleicht kannst du helfen. Oh nein. Suki ist bei der Arbeit eingeschlafen. Wer weiß, wo sie hinkommt, wenn sie keine aufweckt. Was machen wir denn bloß? Warte, ich glaube, Buster hat eine Idee. Ein Tau? Guter Einfall, Buster. Du kannst Suki damit abbremden. Gut gefangen, Robin. Genau so. Sieh. Du schaffst das. Oh nein. Das Tau ist gerissen. Suki ist immer noch außer Kontrolle. Ich glaube, sie ist jetzt sogar schneller. Du musst sie einholen. Schnell. Was hat Buster jetzt gesehen? Oh nein. Es ist dicker. Suki fährt direkt auf ihn zu und er hat es nicht bemerkt. Andere Schienen. Und sie gehen bergauf. Pass auf, Buster. Puh, das war knapp. Gut geduckt, Buster. Du musst die Weiche umlegen, Buster, damit Suki bergauf fährt. Vereil dich, Buster. Du schaffst das. Fast geschafft. Ja. Gerade rechtzeitig. Gut gemacht, Buster. Du hast die Weiche umgelegt. Suki fährt jetzt den Hügel hinauf. Das sollte sie bremsen. Da. Endlich. Sie hat sicher angehalten. Ich glaube, Suki wacht auf. Zum Glück wurde niemand verletzt. Gut gemacht, Buster. Buster, du hast Otis geholfen und den Tag gerettet. Hallo, Buster. Was hast du denn da? Ein Eis. Das sieht aber lecker aus. Oh nein. Was ist denn los, Buster? Du hast einen Wackelzahn. Das ist aber gar nicht gut. Vielleicht solltest du nicht so viele Süßigkeiten essen, Buster. Oh, das sieht aber schlimm aus. Armer Buster. Ah, gute Idee, Robin. Buster sollte zum Zahnarzt gehen und den Wackelzahn behandeln lassen. Na los, Buster. Da musst du keine Angst haben. Der Lutscher sieht lecker aus. Aber ich glaube nicht, dass der deinem Wackelzahn gut tun wird. Aua. Sieht aus, als hätte es wirklich wehgetan. Wie wäre es mit einem Apfel, Buster? Etwas mit weniger Zucker. Ich glaube, Buster hat jetzt Angst, überhaupt zu essen. Oh je. Der Zahn tut noch immer weh. Armer Buster. So kann es nicht weitergehen. Genau, Robin. Geh und hol Hilfe. Sieh mal, wer da kommt. Das ist Amber, der Krankenwagen. Sie wird wissen, was zu tun ist. Du musst keine Angst haben, Buster. Amber ist hier, um dir zu helfen. Du musst nur mutig sein. Mach weit auf. Na los, Buster. Mach weit auf, damit Amber deinen Zahn sehen kann. Jetzt lass uns mal sehen. Ja, das sieht schmerzhaft aus, Buster. Sieht so aus, als würdest du deinen ersten Milchzahn verlieren. Und dann kommen deine bleibenden Zähne. Amber weiß, was dir helfen wird. Eine Zahnbürste. Drück die Zahnpaste aus der Tube und putz hin und her. Genau so, Buster. Alles schön sauber. Es ist sehr wichtig, dich um deine Zähne zu kümmern. Und schnell noch spülen. Gut gemacht, Buster. Ein Eisbeutel wird die Schmerzen lindern. Das ist besser. Siehst du, das war doch gar nicht so schlimm, oder? Danke, Amber. Hoffentlich wird Busters Zahn morgen früh besser sein. Oh wow, Buster. Sieh mal. Dein Wackelzahn ist ausgefallen. Das ist besser, nicht wahr? Und ein neuer Zahn wird bald nachwachsen. Gut gemacht, Buster. Du warst sehr mutig. Na sieh mal. Da ist Buster der Bus. Er verbringt den Tag am Strand. Sieht es nicht toll aus? Oh nein, Buster. Deine Reifen stecken im Sand fest. Das war aber nicht geplant. Sieh dir Digger an. Er bleibt nicht stecken, da er auf Ketten läuft. Und wer ist das? Sandy die Möwe. Ich frage mich, ob Sandy helfen kann. Ich glaube, sie möchte, dass du ihr folgst, Buster. Genau, Buster. Wenn du jeweils nur einen Reifen bewegst, bleibst du nicht noch einmal stecken. Digger buddelt ein Loch. Oh, pass auf, Buster. Was ist das? Ein Eimer und Schaufel? Ich glaube, Sandy möchte, dass du ihr hilfst, eine Sandburg zu bauen. Nur ein bisschen mehr Sand. Umdrehen und schwuppdiwuppi eine Sandburg. Super, Buster. Sieht gut aus. Gut gemacht. Oh, wow. Digger Sandburg ist fantastisch. Sie ist viel größer als deine. Er, warte, Buster. Pass auf, da ist ein Loch. Wenigstens ist Digger da und kann dir wieder raushelfen. Ich glaube, Digger ist wirklich stolz auf seine tolle Sandburg. Oh nein, Sandy, nicht da landen. Du wirst die Sandburg kaputt machen. Ich denke, Sandy weiß gar nicht, was sie macht. Oh. Oh nein, es ist nur noch ein großer Haufen Sand. Und was ist das für ein Geräusch? Eine Welle. Passt auf. Armer Digger. Aber warte, nicht alle Sandburgen wurden zerstört. Busters kleine Burg steht noch und ist jetzt dank Sandy die größte und beste. Tschüss, ihr alle. Hoffe, ihr hattet einen tollen Tag am Strand. Hallo, Buster. Was ist das? Ein Fußball. Oh, schau, Buster. All deine Freunde sind da und möchten Fußball spielen. Und sie brauchen noch einen Mitspieler. Na los, Buster. Das wird sehr viel Spaß machen. Am Pfiff. Oh, zu langsam, Buster. CJ, der Betonmischer, zielt für einen Schuss. Kann Jessie G ihn halten? Na los, Jessie, du schaffst das. Oh, so knapp. Aber Tor. Tor. Gut geschossen, CJ. Toller Kopfball, Buster. Was für ein Schuss, Scout. Gute Abwehr, Digger. Haha, Scout hat Digger den Ball zugespielt. Scout geht jetzt aufs Tor los. Weiter, Scout. Keiner kann sie jetzt angreifen. Tor. Toll gemacht, Scout. Jessie zu Scout. Scout gibt ihn ab. Toller Schuss, Digger. Direkt zu Bandit. Oh, das war aber grob, Bandit. Wird Bandit jetzt ein Tor schießen? Kann Jessie ihn diesmal halten? Oh nein. Jessie hat den Ball zerplatzt. Ist das Spiel jetzt zu Ende? Oh, so ein Glück. Otis hat einen Ersatzball. Das Spiel geht weiter. Jetzt geht's so richtig los. Buster geht aufs Tor zu. Oh nein. Bandit Bus schubst Buster. Das ist ein Foul. Richtige Entscheidung, Robin. Bandit hat eine rote Karte bekommen. Robin schickt Bandit vom Platz. So ist das, wenn man zu grob spielt. Jetzt nimmt Buster einen Elfmeter. Komm schon, Buster. Tor. Du hast es geschafft, Buster. Du hast gewonnen. Und sogar einen schönen Pokal bekommen. Das hat Spaß gemacht. Go, Buster. Oh, hallo, Buster. Oh, wow. Ein Fußball. Sie, da ist Scout. Sie möchte spielen. Toller Schuss, Buster. Gut gemacht, Scout. Wer fährt da die Straße entlang? Es ist Tony, der Truck. Oh nein, Buster. Vorsichtig, wo du den Ball hinschießt. Pass auf Tony auf. Autsch, das muss wehtun. Ich hoffe, Tony ist okay. Buster, du musst vorsichtiger sein. Pass auf den Nagel auf. Oh nein, jetzt hat Buster ein Loch im Reifen. Sieh mal, Scout. Tony, der Truck braucht Hilfe. Ich weiß, wen wir brauchen. Hurra. Amber, der Krankenwagen. Gute Arbeit, Scout. Heute ist ein ereignisreicher Tag. Ich hoffe, dir geht's bald besser, Tony. Oh, Buster, das sieht schmerzhaft aus. Aber keine Sorge, es war ein Unfall. Tony ist jetzt in guten Händen und Amber wird bald zurück sein. Buster, sieh, da ist Amber. Jetzt bist du dran. Ab zur Werkstatt mit Buster. Aha. Oh wow, Tony sieht gut aus. Buster bekommt einen neuen Reifen. Alles repariert. Wow. Oh Buster, Unfälle passieren. Sei nächstes Mal vorsichtiger. Super Schuss, Buster. Oh nein, nicht nochmal. Buster ist jetzt vorsichtiger. Schau links. Schau rechts. Genau so geht es. Gut gemacht, Buster. Hierher, Buster. уб musik. Boo! Go Buster! Hallo Buster. Und hallo Digger. Ihr habt hier eine große Sandburg gebaut. Da ist Sandy Möwe. Pass auf Sandy, stell dich nicht auf die Sandburg, sonst... Oh nein. Armer Digger und Buster. Geh weg Sandy, frecher Vogel. Was hast du gesehen, Buster? Da steckt eine rote Form auf dem Boden. Was das wohl ist? Gute Arbeit Digger. Es ist ein Dreieck. Das ist ja toll. Und schau, Sandy hat eine gelbe Form gefunden. Es ist ein Kreis. Kannst du noch mehr finden Sandy? Hier ist noch eine. Diese ist blau. Schnell ausbuddeln. Das ist ein Quadrat. Es hat vier Seiten. Wow, da sind so viele Formen. Dreiecke, Kreise, Rechtecke, Sechsecke. Sandy, warte, nein. Oh Mann, oh Mann. Sandburg zerfallen so leicht. Warte mal. Ich glaube, Buster hat eine Idee. Buster und Digger sammeln alle Formen. Was sie damit wohl machen wollen? Sie stellen alle aufeinander. Ich glaube, sie bauen einen Turm. Nur noch ein Stück ganz oben drauf. Genau so, Buster. Vorsichtig. Da. Perfekt. Wow, Buster und Digger haben einen Turm aus Formen gebaut. Was für eine super Idee. Jetzt können sie wieder ihre Sandburg bauen. Und schau, Sandy kann auf etwas stehen, das nicht zerfällt. Gute Arbeit, Buster. Tschüss, Buster. Tschüss, Digger. Gute Arbeit, Buster. Ich frage mich, was Buster wohl gesehen hat. Ein Softplay-Bereich? Oh, wow. Sieh mal, da bauen Scout und Digger eine Brücke. Da passt Scout perfekt drunter. Und was ist da drüben? Ich glaube, das ist ein Bällebad. Ja, das ist es. Na los, Buster. Worauf wartest du? Juhu. Toller Sprung, Buster. Oh, sieh mal. Da ist Billy, der Bulldozer. Er springt auf den Pampolin. Sieht aus, als hätte er sehr großen Spaß. Wow, Digger. Das machst du super am Klettergerüst. Weiter suchen. Ich frage mich, warum Billy all die Formen herumschiebt. Oh, damit Digger darauf landen kann. Tolle Landung, Digger. Oh, Scout, sei vorsichtig. Das sieht schwierig zu balancieren aus. Oh, wow, Scout. Du bist ein Pro. Auf die Plätze. Fertig. Los. Wer wird gewinnen? Das ist so klar. Scout wird Erste. Gut gemacht, Scout. Vielleicht gewinnst du nächstes Mal, Buster. Das sah nach viel Spaß aus. Ich glaube, Digger möchte Verstecken spielen. Gute Idee. Okay, Buster. Fang an zu zählen, während die anderen sich verstecken. Oh, gute Idee, Scout und Billy. Das ist ein super Versteck. Digger geht sich im Bällebad verstecken. Und Billy oben auf der Rutsche. Alles muss versteckt sein. Kannst du deine Freunde finden, Buster? Wo können sie nur sein? Hm, gar nicht. Keine Sorge, Buster. Du wirst sie finden. Du musst nur weitersuchen. Da ist Billy. Gut gefunden, Buster. Nur zwei übrig. Das sieht komisch aus. Oh, da ist Scout. Gut gemacht. Nur noch einen. Lass uns im Bällebad nachsehen. Oh, Digger. Super Verstecken. Was für ein großartiges Spiel. Juhu. Hey. 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 und sehen, was Buster finden kann. Wow, sieh dir den Teddy an. Schau, wie groß der ist. Er sieht so weich und kuschelig aus. Genau, Buster, kuschle ihn. Er sieht so kuschelig aus. Oh nein, Buster, was ist das für ein Geräusch? Eine riesige Kralle. Ich glaube, Buster ist in einem riesigen Greifautomaten. Buster, pass auf, sie kommt auf dich zu. Los, Buster. Oh nein. Puh, Buster, es war nur ein schlechter Traum. Sieh, da ist Scout. Es scheint, als wäre Buster noch etwas erschrocken. Aber du musst keine Angst haben, Buster. Schau, Buster, Scout möchte dir etwas zeigen. Was das wohl ist? Oh nein, ein Greifautomat. Buster sieht verängstigt aus. Scout hat keine Angst davor. Vielleicht macht es ja Spaß. Keine Sorge, Buster. Scout ist bei dir. Schau, Buster, es ist der Teddy. Versuch doch, ihn zu gewinnen. Na los, Buster, sei mutig. Du schaffst das. Okay, Buster, lass uns den Teddy holen. Immer sagte, so sieht das gut aus. Okay, alles oder nichts. Hast du es bekommen? Was ist das? Das ist nicht der Teddy. Oh, es ist ein kleiner gelber Bus. Das Spielzeug sieht so aus wie du, Buster. Da lachen Scars und Buster. Buster hat seine Angst vor dem Greifautomaten überwunden. Buster hat seine Angst vor der Freude. Untertitelung des ZDF für funk, 2017